Wenn jemand mit seinem biologischen Geschlecht nicht im Eingang ist und sich entscheidet, als anderes Geschlecht zu leben, muss der Körper einer radikalen Veränderung unterzogen werden. Diese Veränderung beinhaltet die Einnahme von Hormonen, die jedoch mit schwerwiegenden Nebenwirkungen verbunden sind. Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie steigt das Risiko von Herzerkrankungen infolge der Hormonbehandlungen um beängstigende 95%. Über einen Zeitraum von 5 Jahren wurden 2671 Trans-Personen in Dänemark im Alter zwischen 22 und 26 Jahren beobachtet. Sowohl Männer als auch Frauen wiesen ein dramatisch erhöhtes Risiko für tödliche Herzinfarkte, Schlaganfälle, Bluthochdruck sowie hohe Blutfett- und Cholesterinwerte auf, das bei Männern um 93% und bei Frauen um 63% höher war im Vergleich zu ihren biologischen Geschlechtsgenossen. Diese schockierenden Risiken sind hauptsächlich auf die Verabreichung unnatürlicher Hormone zurückzuführen. Umso wichtiger ist es, dass wir Sie über diese Themen informieren, da die Transgender-Propaganda durch die Mainstream-Medien selbst vor den jüngsten Mitgliedern unserer Gesellschaft keinen Halt macht. Sogar Kindergärten und Schulen sind von dieser unheilvollen Ideologie infiltriert. Die unzureichende kritische Berichterstattung verschleiert die potenziell lebensbedrohlichen Folgen dieser drastischen medizinischen Eingriffe.